Hallöchen Pupürchen und herzlich willkommen hier wieder bei Let's Schmink Together. Wieder mit Klopupier. Ja, hier bin ich. Der braucht mal eine neue, ja, neue Design hier in sein Gesicht mit einem schwarzen Auge. Ah, ist das gut so. Deswegen geht's heute mal an's Schminken. Das ist sensationell. Genau. Ja. Jung, 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 jetzt geht's. Ja, was stehst du da eigentlich schon wieder rum? Ja, ich, immer noch steh, ich bin noch rumstehend da. Wir müssen jetzt heute mal was zeigen hier. Ja, genau. Ja, ähm, ja, was machen wir heute, was machen wir heute? Okay, also, Metafabricator, Metafabricator. Ah, das sagen wir eh schon seit dem Folgen, dass wir den machen wollen. Ja, aber den machen wir jetzt bei der Entwicklung oder die Crack-Tech-Variante des Mass-Fabricators. Die High-End-Variante. Genau. Chrom. Den nehm ich, den nehm ich. Ich will den machen. Ich nehm den Recycler-Angriff. Aber wir bauen ja auch Scrap dafür. Dann bauen wir einfach den Recycler hier, da, Recycler. So, hier das Rezept ist natürlich, das sieht aus dem ersten Blick ganz schön angstanslösend aus. Aber so schlimm ist es nicht ganz. Machen wir erstmal die... Schaut wirklich nur so kompliziert aus, weil es so viele Teile sind. Ja. So, es ist nicht so wirklich... Industrial TNT. Ich weiß gar nicht, was ich grad suche. So, Industrial TNT hab ich schon mal acht Stück vorbereitet. Und dann ist der gute... Das gute Gunpowder ausgegangen. Oh. Und da hab ich mir gedacht, machen wir doch den... Ach, so viel vor, oder? Ja, machen wir das doch hier einfach zusammen. Das sind ja Ausreden, aber einfach zu faul offline zu craften, das war das Einzige. Ja, ja. Man, ich muss mich immer verraten hier. Ja, klar doch, ich weiß. Haut mich hier voll in die Pfanne. Immer dasselbe mit dir. Ja, unglaublich. Du bist nur nicht zu offline craften, das ist das Einzige. Ja, ja, ja. Das stimmt. So, Industrial TNT. Äh, was haben wir denn hier? Energy Conductive Pipe. Da können wir uns auch gleich mal wiederher machen. Die haben ich schon vorbereitet. Mit Elektrium Ingott, dass man... Aha. Nicht, so nicht. So auch nicht da. Silber Ingott und Gold Ingott. Ja, Silber. Bronze Silber und Gold. So, irgendwie ist egal. Das müssen wir hier irgendwo haben. Hä? Hä? Achso, da ist sie. Ne, passt schon, unser Redstone. Da ist es. Die werden hier schön gefüllt. 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 Voll gefüllt. Voll krass gefüllt, ne? Ja, genau. Ja, gefüllt. Die landen gleich hier. Voll gefüllt. Ja. Oh, Leute, Leute. Ihr glaubt geil, wie furcht bin, wenn wir endlich unser Lager haben. Ah, ich auch. Das ewige Suchen weg, ey. Ah, schrecklich. Echt schrecklich. Das ist echt katastrophal mit den lämlichen Kisten, ey. Du kriegst nicht einen Anfall. So, jetzt haben wir doch mal hier ein bisschen was. Ne Pettel. So, was machen wir denn? Den Dust Shield TNT und Iridium Eloi. Den Iridium Eloi hat es doch das letzte Mal schon vorbereitet. Ja, das ist das. Da brauche ich hier von 16. Und wir bauen uns gleich Hoppa. 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 Gib mal Gommi. Hopp. Stone. Ah, ja. Unser Explosions- Reaktor. Reaktor. Stone-Ekopressor. Der implodiert heute, aber explodiert bei uns. Ja, der explodiert. Ja, da geht er. Zack. Ah, das ging aber ganz schön schnell, das Ding. Leckt mir alle ein bisschen. Ja, das steht ja wohl drin, dass es ziemlich einfach ist. Ne. Hab ich schon zwei Iridium Plates. Ja, siehst du, du brauchst nicht mal was tun, ey. Ja. Du rückst dich immer auf. Mann, draußen regnet es hier. Wie verrückt. Was ist ein Spiel oder nicht? Echt? Ja, die ganze Hochwasser-Geschichte und so. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl echt mal so oberheftig, oder? Ja, voll der arge Regen, ey. Dass du denkst, was war das Höchste, was sie bis gemessen haben? Zwölf Meter oder sowas, oder? Bei uns 20. Bei uns 20 Meter ist das Höchste irgendwo in Bayern. Richtig krass. Ach, doch, Kacke. Richtig krass, ja. Verstände und so, äh, ausgeschrieben worden und, dass sie da, ähm, schon EU-Hilfen beantragt haben und so. Echt richtig krank. Richtig heftig. Ja, sie sind da aus dem Zweiten mit der ganzen Linken und die verlieren ihr ganzes Hab und gut alles, ey. Ja, das macht einem schon echt Angst, ey. Ja, zum Glück wohne ich da nicht in so einem Gebiet, ey. Ja, ich bin da auch froh, dass ich nicht in so einem Gebiet wohne, aber, ich meine, da sieht man mal, dass man vor Naturgewalten nicht geschützt ist. Ja, da kann keiner was machen, ne? Das ist halt leider ein Problem. Ja, wo stellen wir den Recycler auf? Ich denke mal unten irgendwo, oder? Äh, ja, ich denke mal unten ist eh so, dass... Hier oben haben wir nicht mehr wirklich Platz irgendwo. So, jetzt mach ich. Haben wir noch irgendwo Glasfaser, die Kabel oder sowas? Hier liegen zwei Stück bei mir im Ö-Mail. Ah, so gut, ja. Dingsterbumster. Zwei Stück, glaube ich, werden nicht reichen, aber, naja. Mal klubschen. Da war's. Hab ich schlazuli. Wir haben ja wohl hier eine Hochspannungsleitung, ey, das ist ja zum Kack, ne? Oh, ich hätte natürlich mal ein bisschen closed-on lassen liegen sollen. Das ist ja echt... Drinnen lassen liegen sollen. Ja. Das ist ja auch in Deutsch, oder? Drinnen lassen liegen. Hätte sollen müssen. Was ist das denn? Drinnen lassen liegen sollen. Drinnen liegen lassen hätte sollen. Drinnen lassen sollen. Ach, scheiße. Liegen lassen hätte sollen. Drinnen. Nee. Drinnen liegen. Jetzt, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hätte das... Drinnen liegen lassen hätte sollen. Nee. Ja, ja. Ist doch genau. Jo, jo. Drinnen hätte, hätte, liegen hätte, wenn und aber. Wenn ich nicht hätte, würde ich. Ja, wo soll ich die Recycler hinstellen? Erzähl mir das mal, ey. Da unten ist kein Platz. Du, ich bin hier grad schwer den Metafabrikator am... Ich stell dir jetzt einfach Beinhardt hier in die Wand rein. Kannst mich am Botch beißen. Nee, am Buckel kratzen kannst nie. Am Buckel kratzen? Ey, gehörst? Der Zipzelklatscher. Gehörst du Zipzelklatscher? Geh mal nicht, aber so. Ja. Jetzt, da hört ihr Edcraft da auch mal in seiner... ...wirklichen... ...Äh... ...Stimme sprechen. So wie ich ihn mir jeden Tag anhören muss. Was soll das heißen, ey? So schlimm ist es auch nicht. Nee, ich geb's ja zu, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. So viel wie schlimm. Es ist ganz okay. Du geh wieder auf Scheiß aus, du Klopapé, du. Du bist ja voll von der Rolle, ey. Ah, ein bisschen. Ein bisschen Rolle muss sein. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, kann ich... Achso, ah ja, nee, 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 nee. Doch, 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 doch. So, ähm... Tungsten... ...das erste Mal, dass wir Tungsten brauchen. Okay. Da haben wir eh genug, glaube ich. Hoffe ich. Schätze ich. Meine ich. Tungsten. Was, ich brauche jetzt mal Glas. Ich brauche jetzt mal Tungsten. Tungsten, geh mal tanzen, dann Tungsten. Wir haben wohl gar nichts, ne? Jetzt haben wir Punkt 1. Letzt Mal ohne Witz. Ach doch, hier ist Tungsten, ich habe es gefunden. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ja. Das war das falsche Maschinchen. Hähnchen. Dann machen wir lieber das hier. So, ja, die Kacke da. Angst. Ich mache mal ein bisschen Glasfaserkabel. Er muss in Indust... ...Tastril irgendwas, muss der. Industril... Ja. Hier was war. ...Tastril Blast-Fu-Natze. So, da schweiß ich da mal ein. Und 36. Das passt. Astril Blast-Fu-Natze. Du bist auch so ein Furzer, du. Was haben wir denn da? So, da haben wir 32. Na ja. Ja, Blast-Fu-Natze. Das sind ja nicht wieder alles in Luft springen. Was brauchst du, Blast-Fu-Natze? Was ist denn das schon mit auf deinem Kack? Aber der will gar nicht. Wieso will der nicht? Ich habe genug Schuhe. Danksten darfst du, vielleicht braucht der noch was. Das ist ein laut Ding hier nicht. Warte mal kurz. Danksten Ingot habe ich da. Für Hot Danksten-Stil-Ingot, oder? Danksten Ingot, genau. Ja, der war... Nee. Was wirst du nun machen jetzt überhaupt? Fählen wir mal so. Warte mal. Ich will einen Danksten... Danksten Ingot machen. 100 Sekunden brauchst du dafür. Boah, eigentlich... Danksten Dust. Die 22 hinten, die 22 da hinten, ja. Sollte eigentlich passen. Ah, die Hitze wird nicht passen. Ah, 2500. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich muss nochmal Lava reinpacken in das Ding. Ja, muss mal schauen, ob sich das ausgeht. Sonst musst du einfach... Puh, 3000. 3500. Warte mal, ich packe mal Lava in das Ding. Warte mal, ich packe mal das Ding rein. Ja. Warte mal, ich packe mal ein Eimer oder zwei Eimer rein. Zwei Eimer. Ja, weil das haben wir nämlich jetzt auch rausbekommen. In diese Dinger kann man... Kann man heißer machen. Viel heißer. Indem man einfach... Ist du hot. In die Mitte, weil da ist ja eh ein Loch drin, indem man da einfach hier so ein bisschen zack... Aber zuerst unten und dann rum. Ja, genau. Lava rein schüttet. Boah, hast denn die Lava jetzt her? Hier hatte ich im Eimer, habe ich aus dem Näher mitgebracht. Ah, okay. Kluge, Mann. Genau, jetzt den Start nehmen wir da rein. Und wir haben 2200 Grad. Zu wenig. Das heißt... Viel Spaß beim Craften. Macht's Bumm? Ne, macht nicht. Hättest du es nicht irgendwie anders? Nur am Tanzen irgendwie... Robert Föhnle? Also... 2500, oh nein. Nein, Mami. Hm, schau mal schon mal. Wie heißen die Casing, gell? Ja. Ey, willst du mich veräppeln? Advanced Machine Casing. Weißt du, was wir dafür brauchen? Ne, weiß ich nicht. Aber du wirst mir sicher gleich sagen. Ja, Chrome Ingot. Alter, was haben wir denn das? Was? Advanced? Ne, wie heißen die? Ja, und wir brauchen Data Control Circuit. Wir brauchen Iridium Plate. Electron, Delade, Elite. Wir brauchen Iridium Plate. Ach, du weilig. Advanced Circuit. Basic Circuit. Ne, das geht ja ohne Iridium Plate auch mal. Ne, wie denn? Electronic Circuit und Elite Circuit. Und... Ah ja, Elite Circuit. Elite Circuit ist dann Advanced Circuit. Advanced Circuit. Es sind Diamant und Basic Circuit. Und da ist Kupferkabel und Bronze Plate. Das Einzige, das in der Mitte, dieses High Advanced Steel, das haben wir eh schon, ja. Also wäre eigentlich machbar. Viel Spaß beim Craften. Tschüss, ich dir. Du wolltest ihn ja unbedingt machen. Oh, Mann. Na ja, dann machen wir den mal. Hopp, hopp. Machen wir den. Ich hoffe, dass ich, hoffe, dass ich, ich beeile mich, dass das sich in der Folge noch ausgeht. Aber wenn nicht, dann... Sechs Minuten hast du noch. Arme. Wie viel habe ich noch? Sechs Minuten, dreißig. Oh, das werde ich nicht schaffen. Hopp, hopp, gib Gummi, Gummi, Gummi. Aber wenn nicht, dann machen wir es einfach in der nächsten Folge weiter. Ja, beziehungsweise offline, würde ich mal sagen. Weil, sonst wird das nie fertig. Die Dinge, die Dinge kann ich ja offline weitermachen, aber zusammenbauen tun wir es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, wie der jetzt zusammengebaut wird, das wissen Sie ja, oder? So könnte der schon ein bisschen laufen. Das meine ich. Jo, ja. Ja, eigentlich hast du echt. Weil der ist der, der braucht ja ewig, bis der... So, ich fütter mal hier. Dann werden wir aber gleich bald mal schauen, eine Quelle oder sowas machen. Ja. Ähm, Advanced Circuit, Basic Circuit. Gehört noch eins, das ist kein Schwein, ne? Bronze Platten. Hm. Okay. 21. Bronze Platten, brauche ich mal. 4 kriegen wir da raus. 2 brauchen wir pro 4 Stück. Das heißt, wie viel brauchen wir insgesamt? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 32, 36 müssen wir machen, also 9 mal. Da haben wir 18 Circuits, 18 davon, dann haben wir hier von 18 davon, dann brauchen wir hier von 36, von den Advanced Circuits 36, davon dann 36, dann brauchen wir 60, dann brauchen wir 72 Basic Circuits. Ach du kacke. Bist du die himmelige. Kann ich noch mal ein bisschen hier? Ach ja, aber da wird sich mit dem Gummi nicht rausgehen, ich geh noch mal Gummi holen. Ja, das ist ja auch ganz schön heftig, das Ding hier. Ja, das ist ja auch ganz schön heftig, das Ding hier. Was hast du schon gedacht? Hast du schon gedacht? Ich hab nix gedacht. Ich bin... Ach ja, Holraumsausen, ne, bei dir. Absolutes Holraumsausen. Genau. Durchzug. Ja, genau. In mir herrscht Durchzug. Du hast auch nur den Kopf, damit die Ohren nicht runterfliegen. Haare schneiden, bitte. Na komm. Ich hab erst 54 Bronzeplatten. Wie viel brauchst du da? Ja, 2,74. Ach so, auch. Okay. So. Heißt, wir müssen nochmal Bronze durchschmelzen, mein Friend. Echt? Was? Das ist die ganze Bronze? Naja, Kupfer mein ich. Ja, okay. Ach hier ist Kupferdust, okay, das ist gut. Das ist 41 Stick Wiesen, das ergibt... 120. Zwei Stacks. Ach, je, 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 das ist ja krass. Das ist ja echt heftig, das Ding, dass das so viel Hitze braucht. Oh, meine Güte. Auf das haben wir ja nicht geachtet, ne? Ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich. Ich freu mich, morgen kommt mein Mikrofon. Morgen kommt mein Mikrofon. Mal gucken, wie gut das hier ist. Ja. Vielleicht kauf ich es mir auch. Ja, ich freu mich, ich freu mich. Juuu. Neues ist beteilbar macht. Endlich mein neues Mikrofon. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, in der nächsten Folge habe ich es dann schon... Ja, ich möchte das sehen. Habe ich es dann schon adjustiert und eingestellt und... Bin echt mal gespannt, ja. Dass alles Funktion klappt. Funktion klappt, ja. Ja, das wäre echt cool. Silicon Cell, haben wir so ein Kack nicht schon irgendwo? Silicon Cell, 10 Heutztock. Ich freu mich echt schon, ich warte da jetzt schon... Wie lange warte ich da jetzt drauf? Eine Woche. Anderthalb Woche, ne? Ach so, lang schon? Ja. Weiß ich nicht. Anderthalb Wochen warte ich da jetzt schon drauf. Aber du wartest schon eine Zeit lang, ja. Jetzt habe ich erst 67 von den Dingern. Boah. Ehm. Beko, Mio, Arjo, Blango. Ach du Gucke. Zwei Silikonbomber da. Junge, Junge. Echt heftig. 50. Haben wir einen Industrial Elektrolyzer? Haben wir den schon? Ja, der steht unten. Also Sand. Okay. Oder ist das das Ding hier hinten? Ne, das ist... Ne, das ist die Zentrifuge. Ne, das ist die Zentrifuge. Da habe ich verwechselt. Ah, 10. Da habe ich 70. Da brauche ich nochmal. Ich brauche neun. Neun Mafi, das sind neun. Dementsprechend brauche ich dann hier 18 von den Data Controls. 36 von den Advanced Circuits und 72 von den Basic Circuits. Was ich nur gemeint finde, den Scheiß braucht dann kein Mensch mehr. Genau. So würde ich das haben. Ja, gut. Aber... Machen müssen wir es trotzdem, ne? Das kriegt dich. Das... Das ist einfach so. Da kann man nix dagegen machen. Ne. Aber dann irgendwann gibt es bald Atomkraft. Atomkraft! Aber wir wissen ja, wir sagen ja alle, Atomkraft, nein danke. Aber es ist halt echt ultimative, im Game die ultimativste Energiequelle. Das stimmt. Deswegen müssen wir es auch nutzen. Es gibt halt Energie wie nichts anderes, gell? Ja. Man, wir sind ja dann alle verseucht, aber wen interessiert? Das... Also... In... In... In real life sag ich mal... Bin ich jetzt auch nicht so der... Große Freund davon. So der große Atom... Äh... Herr... Aber... Ich sag immer so, ne? Es wird eigentlich alles überbewertet. Weil da mit den Greenpeace, wo sie die ganzen... Atomreaktoren abschalten wollen und so weiter, ne? Schön und gut, wenn es in Deutschland keine Atomkraftverkämme gibt, aber ein Nachbarland. Also es ist eigentlich relativ egal, ob das Atomkraftwerk in Deutschland explodiert oder ein Nachbarland. Hätte ich mal so blöd gesagt, aber... Ja, das ist... Das ist klar, das stimmt. Aber man muss ja schon ein bisschen was... Ein bisschen was dafür machen irgendwie, bin ich der Meinung, so... Voll Atomkraft hier... Atomkraft, nein danke. Ja, das ist immer so ne Sache. Ja, es ist natürlich ne ultimative Energie, aber es ist halt auch schon echt viel damit schief gelaufen, ja? Das stimmt, man müsste einfach... Ja, die... Gesetze höher schrauben, das wird schon reichen. Aber ja, was willst du denn von der Merkel und so erwarten? Ey... Österreicher, leider gibt mir nicht die unsere gute Frau. Ey, wir haben es geschafft, Atomkraft, nein danke. Angela. Bei uns haben sie es durchgesetzt. Das AKW steht still. Ja gut, ihr habt ja auch nur zweieinhalb Einwohner auf 30 Quadratmeter. Ja. Ja, aber wir haben ja mehr Atomkraftwerke, was still steht. Ja, aber wir haben ja mehr Atomkraftwerke. Ja, ich weiß. Sag ich ja, wir haben uns durchgesetzt mit Atomkraft, nein danke. Aber trotzdem, ihr finanziert uns ja mit Strom. Ja. Sag ich ja, das ist kein Unterschied. Hätten sie Umsatz in Betrieb nehmen können und hätten wir uns damit einiges an Geld erspart. Ja. So klingt, aber was bringt, dass wir kein Samen und im Nachbar rund um Österreich rum stehen überall Atomkraftwerke. Ja, das ist eigentlich sinnfrei, gell? Genau, ja. Dann hätten sie lieber uns das auch in Betrieb genommen und wir hätten billigeren Strom. Ja, das ist immer ein Für und Wider. Ja, klar ist ein Für und Wider, weil... Wenn eins in Betrieb genommen wird, dann kommt dann zweite und dann das dritte und dann das vierte. Ach, ich muss ja als Craft ein Craft. Sind wir doch schon fast hier am Ende angelangt, oder? Ja, eigentlich sind wir schon am Ende angelangt, ja. Aber jetzt ist halt jetzt auch, ich mache halt die gleiche Zeit dasselbe, das ist jetzt glaube ich alles andere als interessant, ja. Ja, was soll man machen, das ist so. Das ist, ja, das ist... Aber die Leute, die uns gucken, die wissen, die wollen ja Technik gucken. Genau. Und Hacktech ist nun mal eine Technik, womit noch nicht so viele Leute auf einem öffentlichen Server spielen. Vor allem, wo nicht jeder mitspielen könnte, wenn er die Voraussetzungen erfüllt. Genau, weil bei uns kann ja, kann sich jeder bewerben, kann jeder mitspielen. Vier Leute, ja. Ja, um die Uhrzeit, wenn ihr mal schaut, rechts unten, 1.15 Uhr Mitternacht, oder? Na, früh. Ja, früh eher. Immer noch die Pappnasen online. Die Nichtsnütze von der Moddingbird-Community. Wir zählen ja auch dazu. Ja, du zu den Nichtnützen. Dankeschön, den habe ich auch verstanden. Und ich zöge Moddingbird-Community, ne? Ah, ja, aha. Ja, hm, ja, ich kann es deiner Meinung nach. Ja, aha, aha. Da ist der Blast für eines wieder nach unten. So, Kupfer, ey, ich brauche 72, war, äh, 7, 14, 1, 2, ich brauche über 280, äh, Kupferkabel. Ah, das ist sehr schwer. Ja, ich habe dir eh Gummi geholt. Ja, ja, aber das, äh, das habe ich schon alles verwendet. Alles schon rausgebraten, ne? Alles schon weg. Ja, musst warten, bis es nachwächst. Ist ja auch irgendwie komisch, ne? Das Gummi so einfach so nachwächst auf den Bäumen. Ja, die Gummibäume. Ja, klar, gibt's ja in Real Life ja auch, ne? Ja, natürlich gibt's Gummibäume, man. Meine Mutter hat sogar einen im Wohnzimmer stecken. Das ist aber eher ein Plastikbaum. Das Geilste ist, um meine Mutter zu ärgern, die nehm ich immer die Gießkanne, die auf der Fensterbank steht, und schütze in die Erde rein. Da kommst du immer, bist du verrückt? Das ist ein Gummi-Baum! Und legt sich immer voll auf. Das kenn ich vorher, ja. Das kenn ich. Das ist geil. Aber da wechselt leider nichts dran. Ne, nicht wirklich. Fang nur an zu schimmeln, wenn dann. Du töntest ihn eh als wir. Gut, dass das nicht geht. Oh, ja, man. Ja, dann würd ich sagen, wir craften die ganze Kacke mal offline weiter. Ja. Weil das wird das nichts. Ne, würd ich auch sagen. Und dann füßen wir das Ding an. Ja, ich würd mal eine Advanced-Salat-Zelle auch offline craften. Ich zeig nur kurz mal die Rezepte durch, weil sonst sind wir übermorgen noch dabei. Ja, weil ihr seht ja hier genau das, was jetzt hier vor mir steht. Ich brauche einfach diese Maschinen-Casings hier um. Und dass wir mehr Hitze in das Ding hinkriegen, weil sonst können wir nämlich das Ganze nicht produzieren. Okay. Jetzt habt ihr ja schon zweimal gesehen, dass wir die normalen Frames, die hier sind, dann diese Frames. Und jetzt baue ich halt noch die anderen. Die baue ich offline und dann steht das Ding halt nachher in rosa da. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Okay, ich kann eh keine Advanced-Salat-Zelle craften, weil da brauchen wir U-Meter dafür. Und das haben wir noch nicht. Also hat sich dieses Ding verändert. Aber wir haben ein Iridium-Ohr. Ja, ich brauche aber U-Meter. Okay, stimmt. Na gut, dann müssen wir noch einen Moment warten. Ein kurzer Moment mit Geduld bitte. Ja, dann würde ich sagen. Sagen wir mal vor heute Tschüss. Genau. Wir gehen schlafen. Ihr hofft, geht auch. Adios. Und Tagel. Stay tuned. Und wie? Ne, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Du drückst auf Stopp. Du drückst auf Stopp. Ich drück auf Stopp. Also klar. Okay. 3, 2, 1, 2, 1. Ciao. Ciao. Aus.